Nein, ich mach dir jetzt die Blätter kaputt. Du bist ein Spasti-Lein-Lein. Du bist ein Spasti-Lein-Lein. I'm so sorry, man. Ah. Äh, du. Was ist denn das gerade für ein Akzent? Boah. Tada. Was machst du die Blätter kaputt, du sch***? Hey, wo es geht. Wir spielen wieder Minecraft Skyblock. Mit dabei ist der Lasse. Hallo. Und der... Ah. 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 Oh ne, nicht der schon wieder. Oh, ne. Aha. Du stinkst. Ja, gleich wieder hier und erstmal was zu fressen holen. Das sind mir die Richtigen. Also, wir wollen jetzt mal ausprobieren, ob die Monster Farm funktioniert. Ja, hast du da... Hast du das mal zugebaut da? Nicht, dass die gleich... Ne, ne. Wir müssen ja gerne erstmal Wände bauen, damit es stockdunkel ist. Äh, was habt ihr so in der letzten Folge gemacht? Ich denke jetzt mal, was das so gerade gesagt hat hier. Damit es stockdunkel ist, dass ihr eine Monster Farm bauen wollt, eventuell. Ja, hier sollte es stockdunkel sein. Okay, warte. So, jetzt komm ich. Achtung. War das nicht wahnsinnig? Ich hab euch verbaut. Oh, nein ernst. Hat mal wer ne Hacke, eventuell? Ne meint es kaputt, ja. Dam 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 da Ok. Ich hab zwar eine, aber wir wissen hier auch ne Tür und so oder sowas. Vorstoffe. 1, 2. Da, Tür. Ey, euch machen wir die auch hier und da auch weg. Ey, Specki, haben wir noch irgendwie Sternchen oder so? Eventuell. Nein. Wenn der Kiste keine sind, dann musst du welche Farm. stop wir brauchen absprochen aber auf jeden fall eine hacke dann kann ich ja mal fahren wir müssen alles nur abreißen dann brauchen ja auf jeden fall eine holzspitze wir haben ja kein stein du spasti komm her sag das doch gleich komm her zu mir ja 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 warte 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 so nein stop es zwei stück du bist ja süß dankeschön ich hab dir aber drei gegeben nein nein wir wieder zurück haben nein wo bist du nirgendwo ich bin tot geil das ist natürlich super ist das was es ist nein wirklich nicht du musst nur den ganzen rande noch mal abreißen da liegt übrigens ein stein okay da liegt ein steinchen ein steinchen mit dem schweinchen and so on and so on ey welcher von euch passt mit einer axt gar keine alles komplett gegangen gut dann mach ich mal noch auch in der hand also ich hab nie eine gehabt ja so island make leader ich bin ich weiß nicht ob ich bei mir den chat ausmachen soll auf einer seite nervt aber ich brauch ihn ja auch wenn ich irgendwie befehle eingeben muss ne genau was für befehle ganz brennt finde ich irgendwie hässiger als wenn er die ganze sicht versperrt slash skyblock oder slash ja klar aber island das ist nicht viel ja klar aber ne und so ja jetzt kriegt man vielleicht doch so hin ich glaube wie viele kinder haben das überhaupt nicht oder ja und ne ach stimmt ich weiß gar nicht ob die gehen ja süßte ich dachte man kann ich einfach nur blind schreiben oder so dann wäre es ja nicht so schlimm ne also ne ne also deine dummheit ist echt zu viel für mich dann mach ich ihn kurz wieder an moment lass die blätter mal da ich hole mir mal ne schere mach das wir wir hauen den das linke holz weg wir hauen das rechte holz weg rein raus rein raus das sind wir alle kleck so vier blöcke verkaufen toki nato äh ist ja noch näher alles weg und so 1,2 mag da ja ne erfahrung mit der stein ja alter ich bin ja gerade mit dem holz beschäftigt und so schwöre so und ab zu einem glaubst du bist immer so beschäftigt ne klopf 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 hast du noch hast du steine äh alter und dann der stein dann fahr mal wir farben den rechte stein ab wir farben den linken stein ab da hast du auch einen hast du stein zu geben und zu einem zu viel weißt du noch damals damals zu seiner kindheit weißt du noch war gerade eben vor zehn sekunden oder damals war es doch noch ein kind ist doch so oder wie viele steine hast du gerade neunzehn ja bitte her tausend geh mal her sag ich 21 will ja nicht wieder da für die folge ganz stressig ja genau ich denke mir gerade so what the fuck weil das wasser ist einfach die ganze zeit einer lava lang gelaufen und die steine kommen wieder eine bitte musst du einfach mal mitfahren ich habe etwas angst dass ich die herunter werfen ja vielen dank mein lieber dass du so ehrlich bist punkt gleich weiter fahren gegen 1 magi was und magi also die es okay aber es magi alter ist ja so an wie super von magi oder so weißt du okay genau das habe ich mir auch gerade gedacht ja nein ich wollte doch gerade ab dem ag mal denkt meine das sind meine gedanken das war kacke das stimmt und dann bauen erstmal wieder abfahren eine kriegt auch ein blatt von mir ja ich habe den betten geben und jetzt nicht immer die im hacke das tut mir das ist ja ich komme auf kuh muss irgendwie mal erwartet so dein schild er wird auch schon ziemlich lang kam mine kraft mehr und so weiter und ich habe auch mal adventure maps geborgen aber naja oh ja also die erste war ja voll von arsch ist weiter aber dann fertig gemacht aber eigentlich voll geil das weiß ich nur als wir eingebaut haben ja also mit würdeln einfach dieses stein 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 ganz im ernst noch wenn das hier auch irgendwie so ein projekt machen dass wir diese map einfach mal weiter bauen oder also die die wir da haben die es eigentlich richtig geil gemacht ich weiß nicht hast du die noch ich hab die noch ich hab die noch also ich könnten wir mal belabern aber wenn wir irgendwann mal machen aber so ausgibt zum tollerei noch nicht versprechen müsste einfach mal so in den kommentare schreiben würde euch das gefallen und dann ja 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 bitte vier steine her ja glück gehabt dass ich auch gerade vier stück habe hatte da ist ein fünfter nur für dich oh danke willst du ein bier ja gerne ja statt dem chat so ein aufmerksamer chat leser ich hab das immer da wo die türen sind ist der eingang von der mob pharmak ist zwar auch nicht nach der ist komplett zu jetzt und da kommt das sport und ich bin gespannt bin gespawnt ist auch ganz gespawnt ja 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 ich brauche steine ich brauche drei stück am besten ist doch event aus der kiste irgendwas rausnimmst und dann was um was zu craften und genau die bestimmte menge hast du brauchst also du hast wieder aufgenommen also ich sag ich baue drei stück du gehst in 32 ich will mir doch nur ich will mit nur kurz als ich mich doch nur ich will mit nur kurz und keine hacken und so dass er gegen immer gegen kaktus läuft dann kann ich ja direkt wieder spawnen ja und das machen wir am spawn okay aber stopp was ist wenn ihr da seid wir haben unseren spawnen woanders hin wo bist du hin man kann den spawnen woanders hinsetzen das geht ja da gehen wir runter da bitte seid ihr nein du sollst das da nicht hinbauen was kann ich noch machen alter das war immer ein neuer baum weg da ich kann nicht bauen die zeit auf kann man jemand die schere nehmen und das dann abbauen und nein ich mach die ganze blätter kaputt du bist ein spaß die nein nein du willst ein spaß die nein nein i'm so sorry man äh du was ist denn das gerade für ein akzent was machst du die blätter kaputt du spitzst du da bin ich behinderlich sache oh nein ich mach die blätter kaputt aber ich bin so doof ja ich bin irgendwie das blätter dach ein bisschen zu niedrig ich finde dein penis auch so niedrig ein bisschen oder ein block zu niedrig ich habe 37 eichellaub packt das hier rechts an die kiste das gehört ne das gehört bei baustoffe rein also gerade auch ja ja nur gucken ob es dasselbe ist okay reiner und reiner und reiner hätte sonst noch was selten ein kleiner ne erstmal nicht immer noch kurz die hacke kaputt also ich weiß nicht ob das doch das sieht besser aus glaube ich äh joshi brauchst du noch eine axt oder so keine ahnung ne axt ne axt brauch ich erstmal nicht ne warum bist du so nett auf einmal genau was ist mit dir los äh ich ich war gerade fett abnehmen auf dem klo ok dann bin ich halt immer so oh ja war das schön und dann reißen wir das jetzt nochmal ab oder wie ne guck mal einfach hier einen rauf setzen dann muss halt nur noch das dach ab das bett haben wir genug ok das holz doch meinst du soll ich machen ja das hier die slabs und die slabs ja ok dann mach ich das mal kurz ab klips und die slabs und darüber könnte man ja nochmal äh ey äh kann mir irgendwann mal ne axt geben eventuell äh axt bräuchte es immer passt da 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 ich hefte mal ne bloße hand und scheihong kräften mache ich das kaputt scheihong scheihong ahahaha wie geil es ausser so alter ne der vlogger ist so unter mir weg ich so wtf ne ich hab jetzt noch ein paar äh warte joshi joshi ich hab 4 slabs ja ne wolltest du nicht die blätter hier einer drüber machen als wenn die abbaut ich finde die schere sehe ich so aus naja es ist ja nicht nur von 1 5 zum 1 er macht trotzdem mal wieder immer einhörer dann gib mir mal erde okay geh hoch geh hoch achte ich finde es echt ein bisschen zu niedrig naja also die blätter auch also mach einfach eine blätterstift drauf und dann reißt du ab wo ist mein bitte ich habe 20 ich habe die blätter kommen ja hoff ich auch war das so mach du das mal nicht bekommt doch geschissen das ist eine schere für dich mein nebel macht spaß na 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 warte nee das muss so höher bauen muss nicht nur an die kante bauen ich sag's ja noch und was einfach nicht auf mich das gar nichts gesagt ich hab ja immer angst dass ich irgendwann hier runter kippe dann ist wir trinken ganz einfach nur unter kipps einfach rückwärts gehe und runterfalle achim ist aber untergefallen und nicht untergekippt untergekippt wäre so irgendwie 90 grad und tot okay machen ja aber gleich gut überleben da muss noch einer hin der ganzen ganzen überleben ist doch jetzt ist das hier so frei das sieht auch ein bisschen weg oder was sagst du hier so die seiten die sind zu frei was kann man da mal hin machen hier muss auf jeden fall noch zum blocken baum stumpf baum stumpf wo meinst du jetzt hat was zu trinken hier zwischendurch also immer zwischen so und hier soll sie muss auf jeden fall noch aber ich glaube es wäre sonst wieder zu voll nein ich brauche die halbs lips janin du hast die die habe ich in der kiste gelegt ja ich hab's doch wieder blöd man blöd man ist ein blöd man weil ich habe wieder sechs stück weil ich ja 30 nein nein ich bin noch mal selbst an bist du da kommst du eh nicht hoch wer hat die half slaps also kannst du mir mal ein zwei geben oder gibt mir mal zehn warte mal kurz zu ende das musst du damit aber noch mal höher machen ich verstehe einfach nicht warum microsoft das mit den wenigstens mit den einstellungen öffentlich hinbekommen zur musik aus dankeschön so beim spawnen graficheinstellungen umgrenzt ja perfekt wie viele brauchst du jetzt noch mal zehn oder so reicht das ja das reicht ich will nur gucken wie das aussieht wenn ich hier außen welche dran machen echt ganz sicher hier so wie sieht das aus wenn du die innen machst aber scheiße über schuhe das sieht schon ganz gut aus man eigentlich auch sehr bling sondern wenn man die blätter so mit der hand abholt dann kriegst du ja ich hab jetzt kein einzigen zappling da ist manchmal so egal aber ist er hat man nicht und den steck zapplings gehabt oder so haben wir ja haben wir oder sein zappling wo sind das da ist er nicht oh mein gott wir haben fast alter warte ja jetzt ja ich hab das schon gesehen also wenn man dich verkaufen könnte wir werden reich und schnicker und so ne what alter wer verkauft erde ja nie ich will die bäume abhaken ich hab ne axt ich zeig dir gleich ne axt hast du gerade gesagt wer kauft erde da wer kauft erde mal verkaufen mit wv achso ich dachte wer kauft erde als ob das unnötig ja welcher idiot war das hier was denn mann was machst du du spaß ich war das nicht alter alter wenn ich der türen rein ich habe es nur gemacht damit man weiß wo der eingang ist wenn ich der türen rein mache dann ist es da drin wieder hell ja aber das ist ich alter das sieht schön aus ich denk mir gerade so what the fuck ich guck gerade so auf die Ruhe und wir haben übelst überzogen ich denke dann passt das auch schon für diesen Tag gerade schon 20 minuten oha ja dann also meckern kann wir euch heute leider nicht bieten ansonsten müsst das sein ne was für 90 cent pro sekunde tschüss tschüss